Sascha Mölders. Ruhrpottkind, Profifußballer, Kultfigur. Manche sagen bei mir, der Mölders ist in Ordnung, der kann kicken, manche sagen, der kann gar nichts, manche sagen, ich mag den, manche sagen, ich hasse den, bei mir gibt es ja kein Mittellink. Bei Mölders gibt es nur ganz oder gar nicht. Mit 36 Jahren ist er der älteste Torschützenkönig der dritten Liga. Sein Antrieb? Gewinnen. Ich habe natürlich meine ganze Jugend auf Asche gespielt und ich habe immer, egal, und wenn wir irgendwelche Turniere gespielt haben oder es gab früher bei uns, mit meinen Kumpels haben immer solche Juxturniere gespielt, wo die Leute dann alle gefeiert haben, getrunken haben, ich wollte immer gewinnen, immer, egal was war, ich wollte immer gewinnen und das ist heute auch immer noch so. Ich will jedes Trainingsspiel gewinnen, ich will jeden Wettbewerb gewinnen. Wenn ich nach dem Training mal ausschieße irgendwas, das habe ich jetzt zwar hier noch nicht gemacht, aber in der Vergangenheit, dann will ich gewinnen. Egal, was ich mache, ich will immer gewinnen. Wenn ich zu Hause mit meinen Kindern, wenn ich ärgere dich nicht spiele, dann will ich gewinnen. Ich lasse die nicht gewinnen. Ich will alles gewinnen. Nach über fünf Jahren überwirft er sich mit 60 Trainer Kölner. Sein Vertrag wird aufgelöst. Viele Vereine wollen Mölders haben. Doch der landet am Ende überraschend in der Regionalliga in Großasbach. Ich habe ja jetzt schon mehrfach betont, dass ich immer nur Sachen mache, wo ich Lust drauf habe. Und da geht es auch nicht immer nur ums Geld, sondern es geht um die Sache und ich habe hier richtig Lust drauf gehabt, wie bei meinen ganzen Stationen vorher auch. Ich habe mich immer auf mein Bauchgefühl und meine Familie verlassen, das habe ich jetzt wieder gemacht. Bis jetzt läuft alles einwandfrei, aber wir werden Ende Mai sehen, wie gut es dann gelaufen ist. Dabei war das Karriereende schon geplant. Doch die Liebe zum Fußball war größer. Natürlich ist Fußball schön. Wir lieben alle Fußball. Jeder, der mit dem Fußball arbeitet, ob ihr jetzt für den Fernseher arbeitet, ihr liebt den Fußball. Oder egal, alle, die im Verein arbeiten, die auch noch teilweise wichtiger sind wie Spieler, ob es Physiotherapeuten sind, Zeugwärte, die lieben den Fußball und jeder liebt den Fußball. Und deswegen macht man das auch gerne. Nur, was hintenrum alles läuft, das kriegt man ja überhaupt gar nicht mit. Und das ist teilweise alles andere als schön. Dann gehst du irgendwann lieber in eine Bezirksliga, in eine Landessieger, spielst du dort einfach Fußball. Nur Fußball. Und du hast dann Spaß. Und das Ganze drumherum, wo der eine über den anderen redet, da habe ich keine Lust mehr drauf. Und dann habe ich mich aber wieder bequatschen lassen und habe dann trotzdem weitergespielt. Für einen wie Mölders, der auch die Nähe zu den Fans sucht, waren die letzten zwei Jahre besonders schwer. Die letzten zwei Jahre fast, die waren für jeden, glaube ich, echt Mist. Und Fußball ohne Fans, das war auch irgendwie dann doch kein richtiger Fußball. Weil die Fans, die fehlen einfach. Gerade wenn du Heimspieler hattest. Und ich habe jetzt bei 16 in München gespielt und die Fans, die sind ja positiv verrückt. Die peitschen da einen nach vorne, das ist ja Wahnsinn. Da kannst du auch mal 3-0 hinten liegen und die Fans stehen auf und schreien. Da kannst du da auch noch Spiele umdrehen. Sein Signature-Move ist der Seitfallzieher. Spätestens mit diesem Versuch wurde Mölders Kult. Zunächst einmal muss ich sagen, das ist natürlich eine Fotomontage gewesen. So einen Bauch, wie da abgebildet wurde, habe ich natürlich nicht. Nur musst du, ich sage immer, im Leben musst du jeden Spaß mitmachen. Und dafür bin ich ja immer zu haben und habe dann natürlich aus dieser Steilvorlage, sage ich jetzt mal, habe ich natürlich etwas Eigenes kreiert und entwickelt und lief natürlich hervorragend. Die Wampe von Giesing ist von nun an in aller Munde. Es gibt sogar Fanartikel. Du musst dich auch ein bisschen anpassen immer. Das ist eigentlich mit meinem Shop nichts anderes, wie wenn ich jetzt irgendwo hingehe und Fußball spiele. Ich glaube, wir leben ja im Dorf. Ich lebe in Mehring auch im Dorf. Das passt dann halt ganz gut. Und alle T-Shirts, die man, oder die Klamotten, die man in meinem Shop kaufen kann, die spiegeln auch ein bisschen so das wieder, was ich eigentlich bin. Und das ist halt immer das Wichtigste. Und deshalb gibt es passend zum Dorf-Club jetzt auch eine Dorf-Kicker-Kollektion. Mölders in Großasbach, das passt einfach. Das ist genau das Gleiche, so wie ich wohne in Mehring. Exakt gleich. Also fühle ich mich sehr wohl. Wenn es was zu feiern gibt, darf auch ein Bier nicht fehlen. Nicht nur bei Aufstiegsfeiern. Aber wenn du auswärts spielst und du gewinnst, trinkt man halt im Bus vielleicht auch mal ein Bier zusammen. Das ist schön. Gehört alles dazu. Eins kannst du mir glauben, wenn da Spiele gewonnen werden, dann trinke ich halt nur Bier und die meisten Fußballer kaufen richtig Schnaps und so. In Großasbach ist Mölders auch Co-Trainer. Außerdem ist er mittlerweile TV-Experte und wird dem Fußball wohl noch lange erhalten bleiben. Ich glaube, wenn du so richtig in dem Fußball drin bist, dann kannst du irgendwie ganz aufhören. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.